Ok, ok. Auf jeden Fall machbar, ne? Noch ein Pilz-Boy. Ah, hat dich das wieder sehr gelohnt. Nimmt man mal einfach so ein bisschen. Wendy-Miles, ne? Wendy-Miles. 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 J Mush. Ja, für die ungeduldigen Pferde, ne? Marikas Fahl? Marikas Fahl. Okay. Okay. Ja, wenn dann denn schon, ne? Moron. Was, wo bin ich denn gespawnt? Das sieht so aus. Wo bist du denn gespawnt? Na, weil der Ahnen, ne? Okay. Das sieht so aus, als wenn man dann danach einfach am Strand reiten könnte. Kann man ja auch. Da wollte ich ja hin. So. Ich muss jetzt mal meinen Seelen wiederholen, ne? Ja. Sind auch wieder so ausgestoßen unterwegs. Ah. Abgeschmiert. Wo? Items. Landwehrschlüssel. Ah, vier Schuhe. Ah, vier Schuhe. Ja, ich geh schon mal meine Seelen holen, ne? Oh. Ja. Zwei Klimakugeln. Zu wieder. Er. Wanderer. Randy ist gegangen. Übrigens, ne? Morgen richtiges Pärchenprogramm angesagt, ne? Wir sind jetzt zwei Jahre zusammen. Seit letztem Samstag, ne? Ja, mein Weileid, ne? Haben es einfach um die Woche verschoben. Ja, Dankeschön, Dankeschön. So. Erstmal Thai-Massage, ne? Dann noch bei Neff und Nichte vorbei, ne? Danach, äh, essen gehen. In so eins, wo man, in so ein Restaurant, wo man irgendwie so etliche Gänge isst. Ja. Nice. Sehr spannend, ne? So 20-Gänge-Menü oder sowas, ne? Mal gespannt. Und, äh, dann zum Abschluss noch ins Gino. Mac 2, ne? Das mit Jason Statham und diesem Megaloodon, ne? Okay. Ja. Bin, bin ich ja mal gespannt. Okay. Ja, bin ich auch gespannt. Äh. Wir haben sogar den, äh, extra noch Prime hat er sich geholt, ne? Dass wir Mac 1 gucken können, ja? Gestern. Und dann könnt ihr ja bei mir rein sammeln, ne? Ja, deswegen. Verstehe, ich verstehe. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Ach, ich bin hier, äh, äh, Solarm, Pfeifen, bringe ja nichts. Wie macht es denn? Connecten? Connecten mit Fähigkeiten. Ja. Drittemal ein Spiel dabei. Ja, super. Nichts von Wanderer, also musst du auch neu starten. Sorry. Damit wir ein bisschen neu starten, ne? Boah. Ja, gut. Es geht. Es gibt Schlimmeres, es gibt Schlimmeres. Immerhin funktioniert das Spiel, ne? Ja, richtig. Also wir haben auf jeden Fall noch eine Fackel oder so zu machen, dann können wir da hoch. Äh, ja genau. Ah, aber ist ja immerhin schon am großen Stein. Ja, ne, und der Baum, ne, und der Baum. Baum. Oder, oder Baum oder Stein, Säule. Ja, genau. Das ist offen, ne? Ja, 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 ja. Dann ist jetzt opened. Ja, ja, ja. Dann ist jetzt opened. The Pot, I opened, okay. Genau. Ja. Wegen dem Alien-Update, ne, werde ich dann auch wieder DVD spielen, dass jetzt der Plan ist wieder voll, ne? Singleplayer-Game wird ja auch noch kommen, dann, aber, ja. Oh, wie ist es denn? Alter. Bei dieser großen Säule, wo es dann... Ah, hast du die Säule aktiviert, ja? Ja. Hast du in Brandflick jetzt. Sehr gut, sehr gut. Also war es das jetzt, ja? Ja. Hast du auch selber gesagt, oder? Wichtig. Okay. Ja, bei mir war er noch nicht aktiviert, deswegen dachte ich, wir müssen ihn noch aktivieren. Okay. Ne, ich hab das eben gemacht, als du raus warst, weil das ja, was du hast gebraucht zum Connection. Ah. Dann follow ich mal Hoxton. Genau. Und da unten auch noch dabei. So, jetzt wird es richtig interessant, ne? Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf, seitdem wir den roten Magier besiegt haben. Wird zurückgeportet. Nice. Ja. Schon mal vorbereiten, ne? Für Bossfight. So. Mhm. So, hier ist ja eigentlich der Hirsch, ne? Es ist jetzt aber Fias Held. Mhm. Ja. Aha. Hehehehe. Ja. Na dann. Erstmal alles voll genebel ich hier noch. Ja. Das ist alles wahnsinnig geworden. Ja. Das war's. Kann man schon wieder auf die anderen Helden, oder? Ja. Aha. Aha. Ich wollte schon sagen, ich habe mich am fetten Bossfight gefreut, ne? Na? Bratschen. Hahaha. Guck, das kickt die so evil weg, deswegen ist die so evil nice. Ich so, oh. Oh. Hahaha. Und dann angearmt. Alter. Der lässt sich ja von allen stecken. Hahaha. Das ist so. 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 mit so'n Baby-Stachel an. Wo ist der andere? Oha. Connect. Ah, alle drei nochmal. Ach, den decken. Wahnsinnig. Ach, den decken. Wahnsinnig. Ah, schön. Die haben jetzt Bock auf mich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Eine Imitations-Präder ist bald. Nett. Mal gucken, ob ich ihn nochmal böse machen kann. Ja, Sis. Ja. Er ist böse geworden. Ist gestorben. Ja, die beiden Kombinationen sind scheiße. So. Ich hab einen. Ecke. Ecke ist gone. Ne, ist der Dicke, dachte ich. Ach, der hat ja auch mit deinem Ding rumgefuchteln hier. Jo. Okay. Bis. Alter, geil. Endlich in den Speicher steigen. Geil. Dann könnt ihr den anderen Zauber wieder mitnehmen. Ja, nice. Dann gelten die einen. Good Job. Dann gelten die einen. Einfach als Boss. Na. Klar. Wisst ihr jetzt nicht genau, was wir sonst hier sollen? Ja. Ich hab mich auch auf einen größeren Boss-Fight eigentlich gefreut. Ja. Ist okay. Back to Relocation, ne? Ist spannend, ne? Muss ja auch sein. Muss ja auch sein. Ist so oder so spannend, ne? Weil es ist immer spannend in so einem Bossraum dann, was da kommen kann. Stark. Ne, gut. Nice. Ja. Wärst du denn bereit, nochmal den Hoxen zu machen? Ah, dann für sich schon, ja. Dann machen wir doch mal das Elden, wie es da unten ist. Aber da unten war doch auch Dings, oder bin ich irgendwie verrückt? Da unten war auch Dings, ne? Jetzt die Frage, was ist da unten? Also wo ist da unten? Da unten war doch auch ein Tempel, oder nicht? Finde ich irgendwie falsch. Keine Ahnung. Junge. Da. So viele Gegner, ne? Da. Elvenbees gesiegt. Easy. Cool shot. Ja, hier sind auch gleich alle dead. Boah. Leck, wenn der stimmt, ey. Boah. Ja, das wirklich so. Was denn für'n Propeller? Egal. Du kriegst das nochmal im Leben, durchgekillte Gegner. Mhm. Oh ne, ich hab den aktuell nicht. Aktiv. Den Schwert. Aufgelegt. So, ich hab jetzt alle Ausgestoßenen hier in der Ecke mal getötet. WTF, ey. Sechs Stück oder so von den komischen Guitz, die am rumhängen. Der ist ja immer noch am Start, der irgendwo ist. Der ist gone. Der ist grad gestorben bei mir erst. Oder? Hat er irgendwie nachgeleckt oder so? Und hat auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall wieder geleckt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Geleckt, geleckt, geleckt. Ja, hier. Und jeder schimmig, 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 schimmig. Reaktion. War schön mal durchgesenzt. Yes! Auf zu klingeln! ist das schlaf ist das ja naja jetzt noch mal einschlafen die stampfer sind so stark magischer golem pfeil oha das ist dann so ein riesiger oh gott oh gott so was für ein tempel jetzt reiten wir da mal hin da gibt es noch mal ja oder ja jetzt wieder zurück jetzt sind wir wieder ganz anfang wo wir gerade herkamen ja genau aber da wo die ganzen wendings waren ging es liegt nicht brauchen ja hier liegt doch auch so einer dem kann man nichts machen ob sie nicht noch irgendwie zusatzding oder so irgendwie raus jetzt ja aber ich habe ja nichts hauptstoffe 100 mal daneben geschlagen so hier aber ich muss ich noch mal die herregende filme gucken alle das wird ja jeder mark war schon wieder lustig genug ja also war der einfach nur welt jetzt nein das ist ja kein richtiger ja vielleicht kann man den ja irgendwie secret technisch aktivieren aber haben wir noch nie gemacht also das war das woran oder gedacht hat ist ja unterirdische inquisitationskammer oder was war das du jetzt so hox nee nee das war audienz fahrt aber bevor wir da runter gehen ich konnte auch noch auf diesen tempel darauf brauchen oder nicht vielleicht ein item oder so ja ich weiß es ja nicht oder war doch doch ich schon eben dann noch die war und da steht dieser eine typ der in die ferne guckt und ein alter lag da hier hier weiß ich es nicht ich weiß noch von dem anderen weg da hinten ich weiß nicht ob es hier überhaupt was gibt tatsächlich ja doch das ist ja der weg hier den ich meine mit dem gucker wo man ja unten ankommt nachher von hier oben das ist ja hier und rote kapuze guck mal der guck jetzt springt er da irgendwie hoch alles du musst mich doch noch mal schlagen mit dem schild ins gesicht gehalten bis er gesprungen ist die dominanz hat ihm nicht gut getan ach nein jetzt habe ich mein dubel geholt das wollte ich doch gar nicht mit dem einzigen nebel ausgerüstet wenn er jetzt ein spam hat dann ist der eisige nebel wahrscheinlich so gut aber hier war glaube ich dead end useless shit auf der anderen seite ging es aber runter ja ich habe schon wieder schaden warte Vorne links, da vorne links Klingels, da Klüngels, ah Manafort, aufgeschlitzt, da muss man Manafort trinken. Und hier geht's zum Gucker. Der Gucker. Ach ne, so ein Ding. Ah, es ist runtergefallen, da war er sehr gut. Tag, noch ein Kopfschlussanik. Wo? Tschüss. Ah, da stehe ich wieder auf, er lebt noch. Der ist ein Geist, ne? Ein Sturz überlebt, ne? Schwere bis den Knoll, das ist ja richtig gelohnt. Boah, den muss ich mir noch holen, hier. Ach, das Ding. Oh. 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 Das killt ihn sogar schon so. Oh man. Ja, ich hätte jetzt noch vor, den Robob-Move zu machen, ne? Nicht den hier, sondern, äh... Den chill ich dir gefühle. Nice. Vielleicht wär ja dann runtergefallen. Du weißt jetzt nicht, ne? Jaaa, gut. Dann noch ein kleiner Weg hier. ja wunder weil wir waren wir ja überall schon also für sich ich meine jetzt auf der seite da war wir überall schon oder war das jetzt ein plateau wo wir nicht drauf konnten da waren wir überall schon tatsächlich gewesen sein ja und wo sind jetzt noch mal gleich zu den doppelgargäulen wo man danach im wasserfall ist und in dieser baumunterwelt ist und so da muss man doch hier durch oder nicht keine ahnung wo du redest ja genau genau doppelgargäulen was das ist doch auch mit so einem wasser und wasserfall so eine ecke aber da waren wir gerade da war das beim halig baum aber da waren wir doch gerade das war doch der boss falls das das war einfach der hirschweiz so das war kein extra du meinst das wo man sich hinlegen muss und dann da hoch fährt er runter fährt ja genau genau am wasserfall runter fährt wir deshalb waren das da waren wir noch nicht an der stelle waren wir noch nicht da gab es auch noch so eine ganze city halt da oben ja eben eben so mit baumranken und so was man war dann quasi unter einem goldenen baum vielleicht ist es die kopfüber gedrehte welt wo man dahin kommt die berühmung zu diesem anderen turm da gab es ja ganz viele ist ganz viele sachen wo man das noch kann ja was wohl eine andere ort ort oben heilige städte der nacht da oben waren wir noch nicht ja der falltrommi welt kommen wir denn dahin allerdings müssen wir da den aufzug nehmen kann das sein reicht meine wir müssen dafür den aufzug nehmen oder oder wenn er da fahren wieder ganz hoch oder oder waren wir da schon aber eine ganz hinten aufzug das ist ja man wieder hoch geht genau es ist doch dann auch da oben oder weil wir dann da schon auf einmal läufst du da unten lang an der ecke oder der weg dem man wo wir wurde damals gesagt ist noch als wir hier waren da kann man ja runter da bin ich runter hat sich auch nicht mehr dran aber ich komme da ist es eine kleine plateau runder und wollte jetzt gucken ob man da noch von bummen musste oder so einfach gerade runter dürfen an der stelle wo wir hier auf diesem wasser plateau waren da hast du mal gesagt für vor einer woche oder zwei oder drei wo wir das gezeigt hatten hier kommt man ja runter wenn man da oben war und genau da bin ich runtergegangen ja schon aber damit meine ich das ganze gebiet ja aber das ist ja genau die stelle gewesen dieser boss noch der poste mich da abwürft die ganze das ist wahrscheinlich nicht beitreten da muss ich auch neu starten ja ich vermute mal alles klar war ja vorhin genau das gleiche was für marie starten ja ein ring läuft bereits auch auch also entspannt warten auch 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 Ah, der Kuggernehmerschau. Ja, genau, damit man da dann hier auf die Säule kommt. Ja, genau, genau. So, ist es offen. Der Pod. Kuggernehmerschau. Ist jetzt offen, der Pod. Ja, Kuggernehmerschau. Podzone. Wie kommt man denn da jetzt in die City hoch? Oder waren wir da schon? Alles verschwimmt ineinander in Erinnerung. Da war doch hier so, man musste doch hier so um die Ecke und dann da hinten irgendwie rein. Und dann, ich weiß es doch auch nicht mehr. Oder war das jetzt ein anderer Weg? Das haben wir doch schon gemacht. Oh Mann, das ist ja... Ich meine, das haben wir schon gemacht, aber dann müssen wir ja hier schon gewesen... Also, Location-Technik, genau da, wo du bist, sind die Gargoyles. Aha. Du bist nur jetzt, bist du noch durch den Wasserfall durch, ja? Nö. Einfach nach unten gehöpft, weiter nach unten. Ah. Location-Technik, genau da, wo ich jetzt bin, sind die Gargoyles. Ja. Ja, da muss man ja irgendwo da oben eigentlich... Oh no. Eieieieie. Muss man da oben doch in den Sarg einsteigen? Das kann ja nicht sein. Das ist ja an einer anderen Stelle. Das war doch da, wo es ein fetter Baum ist, ne? So fette Baumranken waren da und so. Also, ich weiß auf jeden Fall genau, wo das ist. Das ist nicht hier. Nö, nö. Was ist das? Da sind wir reingeragt. Da waren wir schon, wo ich war, Michael. Gerade vor zwei Wochen. Ja, klar, klar. Mal drüben herum. Ich muss den ganzen Weg neu reiten, ne? Alles von vorne. Von ganz oben. Warst du mit der kleinen Seitenhöhle, oder wie? Ja. Na, genau. Ja, dann ist es wohl genau da drüber. Ja, wenn er drüber ist, doch die Verkehrsruhenstadt. Verkehrsruhenstadt. In der City. Ja. Wie man da wieder gelangt hat. Man kann mittlerweile kennen. Witz. Keine Abkürzung. Also, ich muss schon nochmal gegen das Eldenwies kämpfen. Müssen wir mal jeden kleinen Boss hier oben machen. Entspannt. Nee, ich hab mich ja nicht hingesetzt. Das wäre hilarious. Tschüss. Hä? Wie soll's jetzt auch sackeln? Ja. Wie soll's jetzt auch sackeln? gleich bin ich da wundert mich auch wie kommen wir dann jetzt dann also wir waren ja schon so weit oben aber wie kommt man dann dazu morgen den blut oben weil danach kommt man zu denen es scheint was für ein blut oben bei dem wir gekillt haben statt der mimik tier der zauberer ja moog der omen blut aber keine ahnung was weiß ich da oben im palast haben wir gesehen wir waren nicht dort wir waren noch nicht da oben kommen auf jeden fall von hier nicht zu diesem sagen wo man sich hinlegen was das ist hier gar nicht das ist gar nicht die area in der man sich in den sarg legen kann ich muss jetzt meine seelen wo genau hier einfach entspannt rüber reiten und jetzt gute frage